Anne Wünsche ist mit ihrem freizügigen Onlyfans-Content so richtig happy. Seit ein paar Wochen veröffentlicht die ehemalige Berlin-Tag-und-Nacht-Darstellerin auf der Abo-Plattform heiße Aufnahmen. Die dreifache Mutter präsentiert ihren Körper dabei unter anderem in Dessous, Nylon oder auch mal oben ohne. Und dieser Imagewechsel ist für Anne offenbar genau das Richtige. Dass ich die Entscheidung getroffen habe, auf Onlyfans meine Bilder hochzuladen, war so ziemlich die beste Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Und diese Glücksgefühle begründet die Influencerin wie folgt. Es macht einfach unheimlich viel Spaß und ich verdiene damit auch noch gutes Geld. Na, und bei so viel Begeisterung dürfte klar sein, dass Anne garantiert nicht so schnell den Spaß an Onlyfans verliert.